Herzlich Willkommen sehr geehrte Zuschauer zu meiner neuen Folge von Grand Theft Auto 5 mit Trevor Puh, scheiße ist hier warm Meine Fresse, ich soll mal gleich den Niterator anschalten Aber egal, das mache ich gleich Auf jeden Fall habe ich mir heute überlegt, dass wir heute die Mission mit Michael machen können Darum habe ich jetzt auch Trevor hier ausgewählt So, gehen wir jetzt mal rein Michael, bist du zu Hause? Das Kriegsball vergraben Das ist natürlich nicht so richtig, weil du bist, du bist ein Körner Du bist, du bist ein Mann von Aktion Du bist nicht auf den Kauten, du bist die Schöne Du bist zurück, Mann Wir sind zurück, okay? All we gotta go do is bust out Brad And then we're golden, Mann Franklin, he makes us multicultural Lester makes it cyber We're like Modern America We just get ourselves a gay friend Bam! No, it's not it I got money It just makes you miserable I want to make movies Great It's great And, uh, so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job And then we're gonna dissolve the partnership This is not a game to me Alright, this is a fucking way of life I got a fucking family Yeah, well, I got nothing No one gives a fuck about me I do Oh Fuck you I saw your grave I mourned you And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong Everything You're not dead And you're not a man Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare Yeah, enough with your goddamn threats I mean, let me just ask you something Alright, something I've been thinking about Up in North Yankton Exactly Who was buried in your place I never gave it any thought You know what I'm thinking? I had no clue You treacherous piece of shit You're fucking dead You're fucking dead Oh 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 Das ist nicht gut Ja, und Trevor muss jetzt nicht mal ausrasten Ja, Leute Ich glaube, Trevor weiß schon Bescheid Wegen diesem Vorfall, den wir im Prolog hatten Jetzt hat er eigentlich jetzt bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt Ja, das ist nicht gut für Michael Oder auch für uns schon dann Fuck you Hey, come on Where you going? You know where I'm going Fuck you You don't need to go all the way to North Yankton To find out what I can tell you over a couple beers back in my house Come on We'll order pizza Fuck you Fuck your pizza Fuck everything Hey, come on Trevor Nichts gegen pizza Sanity Oh, no No, it's clear And recent thought Finally Come on Come back We'll talk No way I'm not gonna listen To another one of your lies Hey, I'll lay it all out for you Everything Turn around I'm going up there To see it for myself You'll be disappointed Oh, I'll be something It'll be an anti-climax The grave's empty Just a bag of sand Something like that Just smoke and mirrors Oh, I'm alive How do you do it, man? The game is up I'm trying to save you a trip You've done me enough favors, buddy Right? Save your fucking breath Trevor, come on Fuck you, Michael Soon enough I will Yeah, and there's also Michael Yeah, as I said It looks not good for him Trevor has already noticed What there That there was not happening Trevor It's great to You, uh... They're a plane I can use Get me across country Sure Sure We got one fueled up For a trip south of the border I'm taking it Is everything okay, man? Everything is not okay Nothing has ever been okay But I gotta see it for myself I'm gonna see an old friend, all right? You're where I think you are, buddy I don't know why I didn't see it I guess I guess I didn't want to Fuck! Maybe I knew all along I'm gonna find out for sure And I'm gonna do something about it There was always something wrong with that job What went down after, I guess I guess I wanted to believe Fuckin' Fuckin' Playcircus Idiot, idiot Idiot! I'm sorry, Trevor Mach dir keinen Kopf, Trevor Mach dir keinen Kopf Das passiert fast mit jedem Das kann uns immer passieren So ist das Leben Es gibt gute und auch schlechte Momente Ja, ja Aber auf jeden Fall, ähm... Scheiß Auto Sonntagsfahrer oder was? Auf jeden Fall Oh ja, oh ja Fahrradfahrer Jawohl! Oh, ich wollte das schon immer machen Denkt bloß nicht, Leute Dass ich das immer im Spiel mache Aber ich finde das richtig witzig Und ich hoffe, da hat auch Das überlebt Gut Jetzt müssen wir in das Flugzeug einsteigen Und wir fliegen dann Ich würde sagen Äh Zu Ja, genau Flieg nach North Janken Genau Da will unser Freund Troy jetzt dahin Denn er will jetzt die Wahrheit über Ich würde sagen Brad auswenden Und Ja, wie gesagt Es sieht nicht gut aus Für Michael Kriegt wahrscheinlich Weiß schon Troy Bescheid Dass da was nicht stimmt Aber was weiß Zählen wir gleich raus Oh ja Und die Mucke Ich Ich werde jetzt einfach mal still sein Damit Wir gemeinsam die Mucke genießen Ich lasst mal Und wie gesagt es schon sieht ja piùUI Auf jeden Fall, Leute, ich kann euch schon sagen, ich würde mich auf jeden Fall über ein Remake von GTA San Andreas freuen. Mit hammergeiler Grafik, mit noch mehr Missionen und noch mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich meine, die Fans würden auch dazu nichts dagegen sagen. Wir haben hier eine Nachricht von Ron erhalten. Okay, wie es aussieht, haben die Chinesen jetzt auf uns abgesehen. Ich dachte, wir sind mir den schon durch. Wahrscheinlich wegen dem kleinen Vorfall, wo wir dem Sohn und dem Mr. Cheng die Fresse poliert haben. Ludendorff, North Yenken. Trevor ist hier nicht ein bisschen zu kalt, in Jeans im Winter zu laufen? Ja, das ist halt Trevor, also, der macht alles, was er will. Hardcore-Titel, muss ich sagen. Ich bin. 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 Das ist wie du bist. Der Mann, der nicht schreit. Das ist schrecklich. Ich bin. 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 Ich glaube die Chinesen haben ein paar Sushis mehr gegessen, kann das sein? Tut mir leid meine Freunde ich bin nicht Trevor. Ja da liegt unser toter Freund Brett, der im Prolog leider an einer Wunde verstorben ist. Trevor war schon klar, also im Verlauf der Geschichte konnten wir schon feststellen, dass Trevor irgendwie nicht daran glaubte, dass Brett im Gefängnis sitzt. Er konnte wahrscheinlich schon spüren, dass da was nicht stimmt. Aber jetzt machen wir hier mal ein bisschen Bullet-Time, wie Max Payne. Ich muss mal ein bisschen zunügen, verdammt. Aber immerhin. Gute Frage, ey das sind Chinesen, die gibt's überall. Das stimmt. Ey, hier nicht die Grapp-Miller-Ständen, okay? Das geht nicht. Mach die Lalle! Komm her! Versuch doch! Ich glaube das Ding ist scheißegal. So, ich versuch mich mal hier. So, ich versuch mich mal hier. Das war. Du, du, du. Hey, ihr Pänner, ihr könnt ihr schicken auf dem Thema. Das geht nicht. Ja, sieht's aus, Michael. Hey, du mit einer Schriftlinse. Ich versuch mich mal hier. 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 Oh, Medikit. Das, was ich genau brauche. Gute Frage, wer wird jetzt die ganzen Leichentier dann aufsammeln? Wenn ihr mich gefangen nehmen wollt, dann müsst ihr nicht auf mich schießen. BAM, BITCH! Bleib einfach unten. So, verschwinden wir von hier, bevor noch mehr von diesen Chinesen noch kommen. Oh, da kommt ein Van! Tut mir leid, meine Freunde. Ihr seid am falschen Ort. Scheiß auf Zug. Hauptsache wir haben den Van ein bisschen gestoppt. Hehehe. So, raus hier, Michael. Oh, du vergesst, die Train-Schedule zu checken! Hahaha! Trevor! Fuck! Hat er den Zündschlüssel da kaputt gemacht, oder was? Oh, komm jetzt! Du musst nicht, woher zu gehen, Freund. Okay, okay. Geh aus, den fucking Kopf! Tja! Michael wurde gefangen genommen. Alles wegen Trevor! Trevor! Warum einfach? Warum? Flick zurück zum Flugplatz von 10 die Chance. Na, dann wollen wir mal. Er überlässt Michael jetzt in den Händen von Chinesen. Und wir dürfen hier die ganze Scheiße dann quasi ausbaden lassen. Klasse! Typ ist Trevor! What the fuck? Trevor Phillips Industries! Mr. Phillips! Das ist Wei Cheng! Huh? Du kennst meinen ältesten, Tau? Ja. Der Ex-Nut. Er ist zurück aus dem Kontrakt, den wir uns aufzunehmen. Wie ist er? Er ist noch lernen, die Rupen. Danke. Meine Freunde mögen dich in Nord-Yankton. Ich wollte, dass wir reden können. Hahaha! War das deine Leute? Oh, natürlich! So, ich hatte es zu entfernen. Deine Operation hat einen Problem für mich. Ich will auf Blaine County expandieren, aber dein Geschäft und dein temperament preventen mich von MAKING INROVES! Huh? Wow! Too bad! I don't know what you can do about that! I've already done something! We have your lover! Woah, 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 woah! My lover? Michael DeSanta! You live in your trailer together. With the maid. And then you were alone in that vague house. Well, you are clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? Hahaha! My lover! Yeah, right! It's a tough break. I never want to double cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Oh man. I can imagine how Trevor probably react to him. He thinks, what the fuck? What the fuck? What the fuck is he doing? What a boyfriend? Oh man. Oh man. Oh man. But anyway, we have a little problem with the Chinese. Hammer! You're losing. Ah, they want the kennels to pull. Okay. ja jetzt erinnere ich mich da wird diese sehr lange mission dabei sein wo die ich absolut hasse weil die dauert zu lange ihr wird schon sehen was da ist so stellen perfekt und verstanden 67% I don't care gut ja jetzt haben wir mit Trevor hier richtig scheiße gebaut würde ich sagen Michael ist jetzt gefangen genommen und wir können nicht zu ihm wechseln das ist schon klar ich überlege mir mal jetzt gerade was ich machen könnte ich könnte eigentlich die mission von den von dem verrückten kerl mit dem russen nehmen mal schauen was sich da ergeben wird aber ich weiß dass der weg dahin sehr lang ist deshalb will ich jetzt mal taxi rufen downtown cab bitte ich einkommen ok in zwei minuten das bedeutet ungefähr in zehn sekunden ihr könnt mir zählen wenn ihr wollt wir warten mal auf das taxi und da ist es schon richtig von wegen zwei minuten die ist ganz schnell da so mein freund bring mich da hin geile munke ist das nicht fandango glaube ich zumindest weil ich habe diesen song schon mal gehört bin mir aber nicht sicher ob das ist ja und da steht schon park ranger auto so jetzt haben wir ein kleines wort mit denen zu besprechen die nicht da der folgte russe wieder mal wir sind hier schenken Ausflugst wahrscheinlich alter was mache ich mit denen spaß ist jetzt gerade hier an der stelle von schauer will ich einfach die kanonien und die beiden ja ich hab ja nicht was sogar dabei oh die deptsolle trolle für 500 du two are completely loco if you'll forget my use of spanish you do know what that means right you spout all this hippie nonsense but i know you're a patriot okay so i can incapacitate him humanely ok 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 ja komm schon kledert rein die beiden haben definitiv keine schraube locker der russer hat einfach seinen ausweis einfach und da sind ein paar spaßtisch wieder ja das kommt ja jetzt nicht zu machen aber wie will ich das gerne sagen in sowiet russia we hate bikers genau wenn die bänder sind ein bisschen zu schnell für mich alter warum fahren die ausgerechnet in so eine scheiß karre warum können sie nicht einfach ein schnelles polizeiauto nehmen oder was das sind park ranger die arbeiten eigentlich mit der polizei zusammen aber ich darf die nicht erschießen das geht nicht ich kann versuchen zwar auf die reifen zu schießen aber ich will kein risiko eingehen deshalb muss ich leider die verfolgen deshalb muss ich leider die verfolgen die jungs haben eier das muss man ihn lassen von der polizei zu fliehen aber ich nähe mich schon eine von diesen arschlöchern ja danke so sind wir ja auch immer die russer jetzt müssen wir noch den anderen erwischen komm schon komm mach ich fertig der war der war richtig geil komm komm du brauchst du ihn doch nicht wieder mit dem schocker hier fertig zu machen die übertragen mich mit ihren elektro schockern kann das sein ich dachte ich hatte eine irrationale für meine fellow man aber du hast auch etwas anderes bitte ich habe eine Familie das ist nicht mein Problem der Herr du hast du dir aufstattet den hervorragenden von diesen hier den USA du bist für die demokratische was du bist 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 Joseph übertreib nicht der Husse ist wirklich verrückt whatever toll die bescheuerten Idioten lassen mich hier einfach im Regen stehen das ist richtig idiotisch ihr Penner ok ey oh du kleiner verdammtes Stück Scheiße verdammtes Stück Scheiße so das bekommst du gleich zurück hier hast du was für dein geschissenes Auto eh beinah hätte ich ihn gekriegt aber egal ok ok Leute ich würde sagen das war's heute für diesen Part für GTA 5 ich hoffe es hat euch gefallen oh Patricia ruft uns an Patricia Mrs. Madrazo Trevor oh ich miss you all you boys miss you too I can't speak for the other boys you're such good friends a bit more complicated than that actually Michael and I not speaking old friendships cannot be replaced hey how are you is Martin looking after you he's here I've got to go ok Leute wir sehen uns im nächsten Part von GTA 5 abonnieren, kommentieren und liken und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal